. Schwungvoll ging es in Senftenberg in den März mit einer lange vorher ausverkauften Neuauflage der NB-Club-Nacht. Rund 300 Gäste hatten aber Glück und konnten am 2. März nach Herzenslust das Tanzbein schwingen. Möglich war das diesmal auch im Foyer mit einer zusätzlichen Tanzfläche. Allerdings gab es auch eine Schrecksekunde. Nach einem Feueralarm mussten alle Gäste das Theater verlassen. Allerdings war es ein Fehlalarm und so konnten sie ausgelassen bis 3 Uhr nachts weiter feiern. Dass es eine nächste NB-Club-Nacht geben wird, ist sicher. Allerdings ist der Termin dafür noch offen. Rosen und Konfekt. Damit überraschte der Bürgermeister von Schwarzheide die Mitarbeiterinnen in den Kitas und der Grundschule zum Frauentag. Auch die Frauen in der Stadtverwaltung bekamen eine Aufmerksamkeit. Schließlich müssten vorrangig die Frauen die Doppelbelastung von Job und Familie unter einen Hut bringen. Für mich ist es etwas Besonderes. Ich meine es deshalb ernst und es kommt deshalb von Herzen, weil ich als erfahrener Familienvater sehe, welche Doppelbelastung letztendlich schon auf unseren Frauen lastet. Sie geben als emanzipierte Frau alles im Beruf und sind da sehr, sehr zuverlässig und ansprechbar in der ganzen Runde. Gerade wenn man im Betreuungsbereich arbeitet, ist man für das Wohl und Wehe zuständig von ganz, ganz vielen kleinen Seelen und Herzen. Und zu Hause natürlich für die eigene Familie will man auch allen Bedürfnissen gerecht werden. Und das erkenne ich an. Und an diesem Tag bei Sonnenschein mit Blumen und Konfekt ist der richtige Zeitpunkt dafür. Die im September 2023 gestarteten Außenarbeiten am MGH Lauchhammer sind beinahe abgeschlossen. Das meldete die Stadtverwaltung Mitte März. Nun sei das Gelände neu gestaltet und barrierefrei. Freigegeben wurden auch der obere Parkplatz und die Rampe zum Haus. Jetzt folgen noch weitere Pflasterarbeiten. Zudem werden noch Spielgeräte aufgebaut und Pflanzlöcher für neue Bäume ausgehoben. Spätestens Ende April 2024 sollen die Sanierungsarbeiten dann endgültig abgeschlossen sein. Und auch in Großräschen gab es Grund zur Freude. Seit dem 15. März ist die Touristinformation am Großräschener See geöffnet. Damit ist der erste Bauabschnitt des Strukturwandelprojektes Campus IBA Terrassen nach reichlich zwei Jahren abgeschlossen. Rund 2,8 Millionen Euro flossen in den Bau. Neben dem Servicebüro gibt es auch eine Fahrradverleihstation und öffentliche Sanitäranlagen. Wassermarsch hieß es auch bei der Inbetriebnahme des WAL Trinkbrunnens, der künftig bei Zwei- und Vierbeinern für Erfrischung sorgt. Die neue Feuerwache, der Entwurf für den Flächennutzungsplan und ein neues Konzept für Schülerpraktika waren nur einige Themen beim Wirtschaftsstammtisch am 17. März im Kulturbahnhof in Ortrand. Das neue Feuerwehrgerätehaus soll pünktlich fertig und am 1. Juni offiziell eingeweiht werden. Der Gewerbeverein informierte über ein neues Konzept für das Projekt Praxislernen. Ab dem neuen Schuljahr sollen die neuen Klässler der Karl-Eduard-von-Lingenthal-Oberschule jeden Mittwoch ein anderes Unternehmen der Stadt kennenlernen. Das diene der beruflichen Frühorientierung der Schüler. In Lauchhammer hat der Batteriehersteller S-Volt am 20. März seine weiteren Pläne vorgestellt. Im Rahmen der stadtverordneten Versammlung sprachen Unternehmensvertreter über den aktuellen Stand zur Ansiedlung auf dem ehemaligen Westersgelände. Demnach werden in frühestens drei Jahren in Lauchhammer Batteriezellen hergestellt. Bisher habe der chinesische Konzern einen zweistelligen Millionenbetrag investiert. Daher stehe auch der Standort nicht in Frage, so die klare Aussage. Zu klären sei noch, welcher konkrete Batteriezellentyp hergestellt werden soll. Als Problem sehe das Unternehmen die hohen Energiekosten. Bisher sei auch nicht klar, ob und wie viele Fördermittel von Bund und Land beigesteuert werden. Davon hänge die Ansiedlung allerdings nicht ab. S-Volt lobte besonders die gute Zusammenarbeit mit der Stadtverwaltung, den Stadtverordneten, der Kreisverwaltung und der Landesregierung. Sollten alle offenen Fragen schnell geklärt werden, könnte der Bau noch in diesem Jahr beginnen, so die Ankündigung. Blaulicht und Martinshorn, das haben die Hohenbocker am vorletzten Märzwochenende immer wieder erlebt. Und ja, es hat wirklich gebrannt. Das gehörte nämlich beim 24-Stunden-Training der Jugendfeuerwehr dazu. 15 Mädchen und Jungen haben unter Anleitung von Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr den Ernstfall geübt. Nicht nur wie hier am Schweinestall in der Heidlandstraße, sondern auch im Quarzwerk oder im Wald gab es Rettungseinsätze. Ziel war es, die jungen Feuerwehrleute unter möglichst realen Bedingungen auf ihre späteren Einsätze bei der Feuerwehr vorzubereiten. Abgebrannt wurden vor allem am Ostersonnabend wieder viele Osterfeuer. Die aus vorchristlicher Zeit stammende Tradition dient der Austreibung des Winters und symbolisiert für die Christen die Auferstehung von Jesus Christus. Die aus vorchristallischen Untertitelung des Winters